Hallo, ich bin Dr. Dreamplay. Herzlich willkommen zur heutigen Routineuntersuchung deiner Gehirnnerven. Das letzte Mal hatten wir ja schon ein ganz schnelles Check-up. Ja, das lief ja auch hervorragend. Und heute wird der Test ein wenig ausgiebiger. Ja, wir legen auch direkt los. Du bist ein wenig aufgeregt. Brauchst du gar nicht. Es ist ja keine Prüfungssituation. Es geht nur um die Basisfunktion deines Körpers. Du kannst also ganz entspannt sein. Genau. Und dann funktioniert das auch am besten. Wir legen direkt mit etwas Leichtem los. Okay. Schauf mein Finger. Ja. Und jetzt folge einfach der Bewegung des Fingers. Sehr gut. Hervorragend. 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 Genauso. Super. Ja. Sehr gut. Okay. Dann sag mir jetzt mal die Finger dein Sichtfeld verlassen. Okay. Ja. Ja. Und jetzt, wann die Finger in dein Sichtfeld kommen. Okay. Okay. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Ja. Okay. Jetzt möchte ich dich bitten, mir einfach zu sagen, welchen Finger ich bewege. Okay. Sehr gut. Mhm. Super. Perfekt. Der erste Teil war schon mal hervorragend. Okay. Okay. So. Und jetzt halte ich dein linkes Auge zu. Und du schaust da hinten an die Tafel und sagst mir, wie weit du die Buchstaben lesen kannst. Sehr gut. Mhm. Jetzt nehmen wir das andere Auge. Und du sagst mir, ob du die Buchstaben genauso gut erkennen kannst. Ja. Perfekt. Sehr gut. So. Jetzt habe ich hier drei Farbkärtchen und du sagst mir, welche Zahl du darauf siehst. ist das nicht richtig gut. Gerdchen Nummer eins. Ja. Gerdchen Nummer zwei. Und Kärnchen Nummer drei, ja, das ist das Einfachste, sehr schön. So, jetzt möchte ich dich bitten, einfach weiter geradeaus zu schauen, du kannst auch die Tafel da hinten fixieren und ich checke deine Pupillenbewegung. Ja, sehr gut. Und jetzt halten wir dir ein Auge zu. Ja, einfach geradeaus zu schauen, super. Perfekt. Okay. Und jetzt, jetzt darfst du dem Licht folgen. Ja. Super. Ja. Alles perfekt. Okay. So. Keine Sorge, ich weiß, die Augen. Wenn man in so Licht geschaut hat, sieht man nicht gut. Deswegen wird der nächste Test, der Geruchstest, bitte die Augen schließen. Ja, das ist Zimt. Perfekt. Sehr automatisch. Sehr automatisch. Sehr gut erkannt. Es gibt noch einen weiteren Geruch. Und, ja, richtig, das ist Melone. Der Test ist also auch perfekt bestanden. Und dann machen wir weiter mit dem Nerven, der zuständig ist für die Gesichtsmuskulatur. Und jetzt zeig mir mal dein Stirnrunzeln, wenn du auf etwas wütend bist. Perfekt. Perfekt. Genau. Sehr gut. Jetzt einmal bitte lächeln. Ja. Sehr gut. Jetzt einmal bitte die Zunge so weit wie möglich rausstrecken. Ja. Super. Und jetzt mal den Mund aufpusten. Super. Okay. Jetzt bitte wieder die Augen schließen. Ich werde jetzt mit meinen Fingern deine Haut berühren und du sagst, wann ich sie berührt habe. Okay. Okay. Ja. 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 Perfect. Jetzt machen wir es ein ganz klein wenig schwieriger. Für die Unterscheidung wird einmal der Pinsel deiner Haut berühren und einmal die Rückseite. Und du sagst einfach, ob das die harte Seite ist oder die weiche Seite. Einmal bitte wieder schließen. Ja. Ja. Super. Perfekt. Ja. Ja. Super. Deine Haut reagiert auch perfekt auf alle Reize. Sehr schön. So. Dann werde ich jetzt meine Hände auf deine Schultern legen und du versuchst sie nach oben zu bewegen. Damit testen wir die Nackenmuskulatur. Okay. Ja. Ja. Super. Ich drücke jetzt ein wenig stärker. Ja. Sehr gut. Und nun bitte so kreisen. Erst eine Seite, die andere und dann beide gleichzeitig. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. So. Und als letztes testen wir deine Ohren. Dafür bitte wieder die Augen schließen. Ich werde ein Geräusch mit meinen Händen machen und du sagst, welche Seite es ist. Du kannst auch gerne den Kopf in die Richtung drehen, um es zu zeigen. Okay. Ja. Super. Perfekt. Ja. Sehr gut. Ja. Jetzt werde ich auf jeder Seite was in deinem Ohr flüstern und du sprichst die Wörter einfach nach. die du verstehst. Okay. Gut. Nacht. Ja. Entspannung. Sterne. Sterne. Ja. Sehr gut. Mond. Mond. Sonne. Milchstraße. Perfekt. Super. Ja. Du hast den Test perfekt bestanden. Alles funktioniert einwandfrei. Alles ist in bester Ordnung. Ja. Es ist gut, wenn man zwischendurch immer mal wieder checkt, ob alles in Ordnung ist. Einfach als Routine. Ja. Na dann sehen wir uns zum nächsten Checkup. Bis dahin. Bye. 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 Bye.